Auch wenn du geglaubt hast, alles zu wissen, du bist weit davon entfernt. Nicht immer ist das wahr, was man glaubt zu wissen. Die Realität weicht oft von dem ab, was wir verstehen und wissen. Und zwar so stark, dass wir sie sogar für eine Illusion halten. Die meisten Menschen leben mit falschen Vorstellungen. Vielen Dank.